Hey, mein Name ist Annalena. Und ich bin Frederik. Wir haben beide hier bei der Firma Hirschmann Automation Control GmbH Neckartenzlingen den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik studiert. Ich habe mich für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik entschieden, weil er durch die Kombination von Technik und Wirtschaft einen abwechslungsreichen und zukunftssicheren Arbeitsplatz bietet. Das Studium ist in Theorie- und Praxisphasen geteilt. Die dreimonatigen Theoriephasen verbringt man an der DHBW in Stuttgart zusammen mit seinen Kommilitonen. Im Übrigen sind die Kurse angenehm klein und man hat ein super Lernerlebnis. Im Anschluss verbringt man drei Monate hier auf dem Werksgelände in Neckartenzlingen. Währenddessen hat man die Möglichkeit in verschiedenen Abteilungen sein an der DHBW erlerntes Wissen anzuwenden und zu vertiefen. Als angehender Wirtschaftsingenieur erhält man Einblicke in die Produktionsentwicklung bis hin zur Produktion und im Vertrieb. Durch Übernahme von spannenden Projekten arbeitet man abteilungsübergreifend und kann so seine Fähigkeiten für das weitere Arbeitsleben ausbauen. Auch internationale Projekte und sogar ein Auslandsaufenthalt ist während einem dualen Studium bei Hirschmann Automation Control GmbH möglich. Wenn du teamfähig bist, Interesse für technische Zusammenhänge und gute Englischkenntnisse hast, bringst du gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium mit.